Hallo Leute, willkommen zu einer sehr spontan aufgenommene Folge von Paladins. Die wird vermutlich direkt heute noch am 8.1. hochgeladen, wenn sie was wird. Also, wenn ihr die Folge seht, es wird auf jeden Fall sehr cool. Wir haben einen Flankierer, mich, zwei Damager, einen Heiler und einen Tank. Das heißt, ich würde sagen, das ist ziemlich schlecht für uns, denn die Gegner haben zwei Flankierer. Und wie ihr wahrscheinlich alle wisst, kontern Flankierer, Damager halt hardcore. Ich nehme mir dann am besten direkt mal Kronos mit. Ich wurde jetzt erstmal direkt getötet, aber Leute, dafür rächen wir uns. Attack of the Middle. Ich helfe dann direkt mal Ash. Dem Tank. Und jawohl. Okay, die gegnerische Zerus musste sich jetzt erstmal verkrümeln. Danke, Zerus, dass du direkt wieder hier bist. Wenn mir jetzt irgendjemand hilft, dann könnten wir direkt die zwei wichtigsten Spieler des Gegnerteams ausschalten. Hat natürlich niemand gemacht. Tsch. BOOM. BOOM. Seht ihr, Leute, sobald man einen Kronos hat, läuft's einfach. Ja, jetzt wird die wahrscheinlich unsichtbar. Ja, wusste ich's doch. Das heißt, ich hätte aber den Rest gut attackieren. Oh, stellt euch mal vor, wie viel Value der vor 5 Sekunden circa Wirbel gebracht hat. Ich spule mal kurz da hin zurück und mach das Ganze jetzt in Zeitlupe. Ich schieße da jetzt trotzdem einfach drauf. Ja, Mann. Hm, ich verkrümmel mich aber jetzt mal beim Besten. Oh, Leute. Ich glaube, diese Rauchschwaden waren aber ziemlich gut. Nein, 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 ich möchte ja nicht sterben. Oh, Leute. Stellt euch mal vor, hier wäre da direkt ein Tank da und ich könnte einfach so draufmetzeln, wie ich wollte. Oh, ey, Leute, das wäre da direkt ein Tank gewesen. Das hier ist eigentlich sogar ein ziemlich guter Weg. Ich begleite da direkt meine Damage. Das sollte ja eigentlich ein Healer machen, aber ich mach das halt einfach für Unterstützung denn mit dem Kampf. Denn das stellt sich normalerweise als eine ziemlich gute Idee raus. Ja, Leute. Und ich bin nochmal 50% schneller. Äh, ja, ich habe mich herausgefordert, aber jetzt habe ich Schiss. Äh, nein, darauf habe ich ebenfalls keinen Bock. Ja, man sollte sich nicht mehr so vielen Leuten auf einen Punkt stellen, aber... Ja, danke, dass du mich heilst, während ich full life bin. Ja, jetzt könnte ich, glaube ich, gleich mal ein bisschen Heilung gebrauchen, die ich mir... Also ich muss sagen, sind es eigentlich ganz gut, wenn man keinen Heiler... Auch wenn man keinen Heiler hat. Und zwar, weil er sich ja... Weil er sich ja einfach super gut selbst heilen kann, wenn die jetzt hier hochkommt, ist sie tot. Ja. Wie ich schon prophezeit... Wie ich es prophezeit habe, wenn sie hochkommt, ist sie tot. Oh, ich habe eine richtig lästige Idee. Erstmal schön flankieren. In den Rücken fallen. Los, los, los. Boom. Und das liegt halt wirklich einfach daran, dass Sinn halt einfach... Mit Kronos einfach wirklich viel besser wird als mit jeder anderen Karte und auch als jeder andere. Außer Terminus. Mit irgendeiner Karte, die er sich kaufen kann. Deswegen Sinn am Anfang zwar auch schon ganz gut, aber... Wie gut er werden kann, wenn man ihm... Die richtigen Gegenstände holt. So, weil ich eine kleine feige Pussy bin... Muss ich jetzt noch das hier machen. Oh, fuck, hätte ich gern ein bisschen schneller ger... Und kämpft dann... Jawohl. Übrigens witzig, dass ich nur eine Karte benutze von diesem. Und die wurde nicht aufgewählt, weil das ist voll einfach. Na ja, egal. So, Leute, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mal den Like-Button verprügeln würdet. Wenn es euch nicht gefallen hat, bitte sagt mir, was ich ändern soll. Schau mal drauf. 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 Bis zum nächsten Mal.